Servus von der Mehlmüllhalde und willkommen beim Making-of meiner Videoreihe Mehl mir mal Müll, in der ich die Machenschaften von Betrügern und die unterschiedlichen Varianten aufzeige. Ich recherchiere Betrugsfälle, um meine zu sehr zu bahnen und zu schützen. Betrüger werden getriggert, verschiedene Betrugsarten aufgezeigt. Das Ganze geschieht mittels E-Mail-Kontakt, daher auch der Name der Serie. Wie bin ich nun vorgegangen? Nach dem Tipp eines Kollegen habe ich auf einer Webseite für die Vermittlung von Krediten zwischen Privatpersonen einen FIC-Account erstellt und eine Anfrage für ein Darlehen gestellt. Ich konnte dann gar nicht glauben, wie viele tolle Angebote ich binnen kürzester Zeit erhalten habe. Eigentlich alles Müll, aber ich wollte dann schon wissen, wie die Gauner weiter verfahren. Variante 1, Kreditangebote Auf mein Inserat hin wurde ich meist in der ersten Mail der Kreditanbieter in Form von Privatpersonen oder angeblichen Institutionen gefragt, ob ich noch ein Darlehen brauche und wie viel es denn sein sollte. Also habe ich mir der Einfachkeit halber einen Text zurechtgelegt, welchen ich dann einheitlich an alle geschickt habe. So sollte ich Fehler in meiner Geschichte vermeiden, welche passieren könnten, würde ich unterschiedliche Geschichten erzählen. Meine Geschichte lautet wie folgt. Guten Tag und danke für Ihre Nachricht. Ich brauche 30.000 Euro auf 60 Monate mit Option auf größere Rückzahlungsraten zwischendurch bzw. vorzeitige Tilgung. Habe keine Kreditversicherung und zahle keine Vorabkosten. Kreditversicherung und Vorabkosten spielen die Hauptrolle in den Mails und Videos. Unglücklicherweise bin ich selbstständiger Unternehmer ohne monatliches Einkommen, da ich in den letzten drei Jahren nicht gearbeitet habe und mir daher auch selbst kein Gehalt ausbezahlt habe. Dadurch gibt es auch keinen Einkommensnachweis. Hier habe ich Voraussetzungen geschaffen, unter welchen keine Bank der Welt dir ein Darlehen gewährt. Einen Betrüger berührt das natürlich gar nicht. Mein Unternehmen war inaktiv wegen Scheidung, Corona und anderem, habe gelebt von meinen Ersparnissen. Da wollte ich mal sehen, ob ich dadurch etwas Mitleid erfahren kann. Nun wird es aber Zeit wieder etwas zu tun, wozu ich eben die 30.000 Euro als Startkapital benötige. Banken geben halt kaum Darlehen an Selbstständige ohne Einkommensnachweis. Es wird mir im Laufe der Zeit ein leichtes sein, die Rückzahlungsraten zu erhöhen und wohl auch eine vorzeitige komplette Tilgung vorzunehmen. Ich bin ja immerhin ein guter und vertrauenswürdiger Ehrenmann und Kreditnehmer. Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich für Ihre Entscheidungsfindung und Verbleibe mit freundlichen Größen. Und dann ging es meist weiter mit einem Angebot inklusive Zahlungsplan und der Frage nach persönlichen Daten und Dokumenten. Wie unterschiedlich ich meine neuen Freunde dann hingehalten, ausgefragt und auf die Palme gebracht habe, siehst du in den Videos. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Variante 2 Spenden, Erbschaften und nicht rückzahlbare Förderungen Warum einen Kredit zurückzahlen, wenn man Geld geschenkt bekommt? Es ist unglaublich, wie viele Millionäre, sterbende Menschen und sogar Institutionen wie zum Beispiel der Internationale Währungsfonds mir Unsummen angeboten haben. Wie sie aber damit einen Betrug initiieren wollen und welch unglaubliche Ideen die dabei haben, siehst du in meinen Videos. Nun noch ein paar Punkte zur Gestaltung meiner Videos. Warum KI-Stimme? KI-Stimmen als Moderation muss man nicht mögen, aber aufgrund meines Contents muss ich meine Familie und mich schützen, falls sich jemand auf die Füße getreten fühlt und darf daher auch keinerlei Hinweise auf meine Identität geben. Warum werden mein Nachname und jener der Gegenseite unkenntlich gemacht, tatsächlich kommuniziere ich mit einem Fick vor und Nachnamen wieder zum Schutz meiner Familie. Allerdings wird es wohl Menschen geben, welche eben diesen Namen tatsächlich tragen, und um diese in den Videos zu schützen, auch wenn sie gar nichts mit der Sache zu tun haben, wird der Nachname unkenntlich gemacht. Im Falle der Gegenseiten handelt es sich hauptsächlich um gestohlene Identitäten mit Namen und sogar Ausweisen von Personen, welche auf die Gauner schon reingefallen sind und eben sensible Daten und Dokumente geschickt haben. Die Betrüger legen eine Mailadresse mit dem betreffenden Namen an und schicken als vermeintlichen Beweis ihrer Identität dann eben auch die fremden Ausweise. Ich blende in diesem Fall in meinen Videos die Ausweise auch ein, muss aber zum Schutz der echten Personen Fotos, Nachnamen und andere sensible Informationen unkenntlich machen. Ich zeige dir, wie du Betrüger sofort erkennst, rate dir allerdings, nicht so wie ich auf Diskussionen einzugehen, sondern sofort abzubrechen. Im Internet niemals persönliche Daten preisgeben. Keine Namen, Adressen, Kontoinformationen. Nichts. Seriöse Institutionen, Banken oder andere Firmen und Anbieter melden sich nicht per Gmail-Adresse und ohne ordentlicher Signatur. Auch fragen sie nicht nach einer WhatsApp-Nummer. Wenn jemand seriöser kommunizieren wollte, würde er nach einer Telefonnummer fragen bzw. seine eigene in einer E-Mail-Signatur stehen haben. Es gibt einfach vieles zu beachten, also abonniere gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Jedes Like und jeder Kommentar unter den Videos hilft dabei, dass diese weiteren Menschen angezeigt werden, und so können wir gemeinsam vielleicht den einen oder anderen Betrug verhindern. Also dann wünsche ich dir eine betrugsfreie Zeit im Internet und eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Also dann wünsche ich dir eine gute Zeit bis zum nächsten Video.